Ich weigere mich gerade noch mal kurz die zu essen. Ah ok, ja dann muss ich mal gucken. Macht vielleicht Sinn sich Mod-technisch zu dem Spiel noch ein bisschen umzugucken. Das ist vielleicht nicht ganz so verkehrt. So, habe ich noch Zapfen? Ne, ich habe keine Zapfen. Ja, es wird voll dunkel. Das ist klar. Dann fälle ich noch ein bisschen Holz. Was fürs Essen bringen oder dafür, dass ich auf Diät komme? Sag mal Ass, weißt du wie das bei Twitch ist? Darf ich hier, ich sag mal GEMA-frei Musik einspielen oder? Och Frau, jetzt stelle ich es an. Bring mir Futter, ich habe Hunger. Habe ich mich gefragt. Jetzt der GEMA-Fang-Musik. Okay. Dann muss ich vielleicht mal nachübeln. So, habe ich die Schaufel noch. Zack. 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 that was. Das was habe ich da gefunden. Ich hab einen Ebenstein gefunden. Wie cool ist dasier? Ich kann hier Gräber ausheben? the roll. mal, dass ich hier Gräber aushebe. Oh, meine Schaufel ist kaputt. Das finde ich nicht so nett. Jetzt bin ich im Flow. Jetzt muss ich Gräber ausheben. Lügen der Roboter, cool. Das kann man mit dem machen. Der flüstert mir wunderschöne Lügen zu. Ach, schön. Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Wo ist mein Speer? Wo ist mein Holzlöster? Das ist mir auch mal ein Traum. Jetzt gibt es hier X9. Das Problem ist, die droppen gar nicht. Okay, jetzt kriege ich meine Gerber aus. Ja, Vorsicht, Geister, genau. Wenn du die Setzlinge wieder ausklebst, gibt es übrigens Stickys. Ah, okay. Brauche ich die gerade? Nee, 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 nee. Ich sammle gleich welche. So, ich wollte aber ja was in die Träume. Damit wir gleich mal uns auf die Suche machen können nach hier, Dingsgedönse. Nach Jack. Nach Jackkacke. Wenn man das so sagen darf. Die Schaufel würde ich mitnehmen. Wahrscheinlich gar nicht, ne? Die hätten wir auch noch einen Platz frei. Eine Seile brauchen wir nicht. Die Allraume. Sollen wir die mal kochen? Dann ist die Nacht vorbei. Ja, das ist noch eine Schaufel. Zack. Hallo, mein Kopf. Genau, dumm. Ja, das war das. Achso, ich hab mich rausgelegt. So, dann würde ich vorschlagen, wir machen uns direkt auf den Weg hier. Ich gehe mal nach Süden, weil im Norden ist ja schon so ein Feldding. Dann suchen wir mal ein bisschen dumm. Wir sind immer in so Strohlandschaften, ne? Das ist immer so, ne? In solchen Landschaften sind die nicht, oder? Naja, ich will ja den Platz ja auch nicht streitig machen. Ich zoome mal gerade ganz kurz raus. Da ist ein Weg. Ein Weg, ein Weg, ein Weg. Safe game. Das führt aber nach oben. Ich will nicht nach oben. Was war denn da? Oh, cool, eine Panflöte. Will ich die mitnehmen? Ah ja, komm. Oh, das war ja schön. Ich bin ein Naturtalent, was Panflötenspiele mitbekommt. Oh, hier Blumen. Blumen ist super. Okay, ich wandere einfach mal ein bisschen. Schon wieder zu Ende. Das ist doch kagge. Oh, hier, die sind super. Komm, holz hier, holz hier, holz hier, holz hier, holz hier. Joll. Da ist noch sehr viel Stickes drin. Und ich bin wieder auch schon mal überraschend. Ich muss nicht verschlafen. So, wie in der Panflöte. Ja, das soll ich noch mal. Diese herrliche Melodie, die ihr da spielt. Und ich kann die aber schnell halbbar werden. Oh, hier, schnell, lauf hinterher, holz hier, jawohl. Ah, schön. Das spart immer sehr viel Zeit, die ich finde. So, warte, ich gucke mal auch gerade auf die Map, ob ich durch Zufall irgendwo vorbeigelaufen bin. Nö, irgendwie nicht. Oh, hier, die Bühne. So, ich will mich nicht so weiter so ein Fenster legen, aber ich hätte eigentlich gerne so ein Wiederbelebensschrein. Da würde ich mich ein bisschen sicherer fühlen, so insgesamt. Ich habe nämlich die große Befürchtung, dass ich gleich sterben werde. Ich weiß noch nicht warum, aber... Ich habe auf jeden Fall die Befürchtung. Okay, hier ist Dead End. Ach, schlafen die Gegner da ernsthaft von ein, wenn ich das benutze? Ach, echt, kann ich das selber bauen? So ein Wiederbelebensschwein? Das wusste ich auch noch nicht. Also so ein Stream ist auf jeden Fall deutlich wertvoll. Ich finde das sehr cool. Ich muss mir dieses sehr coolen Rad gewöhnen. Hier, nimm, nimm. Okay, sie schlafen einfach an. Okay, das ist ja super. Dann hätte ich vielleicht nicht so oft spielen sollen. Das ist jetzt nur noch 80%. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Hier, oh, oh, das will ich haben. Wir schnitten Gras. Ja. Das ist ja cool. Das sieht man mal wieder. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Geht man mit ein paar Flöte besänftigen. So, ich muss hier mal irgendwie gucken, dass ich mal, also ich habe das hier noch keine Jax gesehen. Und jetzt wird es auf alle Art Winkel. Aber ganz zur Not. Komm, wir sind da dran. Ach, Blumen. Oh, was ist das denn? Oh, cool, das habe ich hier, hier sind Trümmer. Was kann man denn damit machen? Die kommt schon da dran. Muss man dann eine Angel für haben? Kann das sein? Kann ich mit einer Angel dran? Wo braucht man sich schon nur eine Angel? Dann haben wir schon mit der Nahrung. Das kann ich nur an der Station machen. Ach, guck mal, die praktisch. Oh, sehr schön. Punktvolle Schaufel, Blutkirchen. Lernen. Das machen wir doch. So. Punktvolle Schaufel. Cool. Ich glaube, da braucht man eine Angel. Also ich würde jetzt schätzen, da braucht man eine Angel für. Ich weiß gerade nicht, warum man die Angel macht. Ähm... Ich habe die... Irgendwann habe ich die schon mal gemacht. Überleben? Klar, Angel. Ah, da brauchen wir ein Spinnenleben für. Okay. Oh, das ist ja cool. Hoffentlich bleiben die Rackteile da noch ein bisschen. Guck, das will ich nicht. So, wir müssen 68 hier mal Freier machen. Freier, freier, freier. So. Survival! So, was können wir denn hier? Neues Land. Stromer Land. Stromer finde ich nicht so viel. Hm, Stromer finde ich nicht so viel. Stromer finde ich nicht so viel. Da braucht man irgendwie total viele Materialien für die Mauern. Das finde ich ein bisschen sehr wild. So, dann mal was trinken hier. Ach, Spinnen mit der Korbfalle. Ähm... Wo setze ich hier denn hin? Über so ein... Über so ein... Über so ein... Erdloch? Ähm... Oder... Warte mal, hier. Da ist so ein Erdloch. Warte mal, ich gehe da gerade mal hin. Vielleicht reicht die Zeit noch. Also hier ist ja so ein verstopftes Erdloch. Darüber die... Die Korbfalle? Oder... In die Nähe von so einem Spinnennest. Hab ich auch noch nie. Korbfall. Was eigentlich ein müde Stichwort? Ich wollte ja mal... Oh, na. Wollte ja mal so eine Falle machen, ne? Einfach verfahren. Nee, das geht schon wieder falsch. Überleben. Fall. Davon bauen wir jetzt mal. Zack. Oh, Hilfe. Oh Gott. Oh Gott. Die habe ich glaube ich verärgert. Kann das sein? Zack, zack. So. Öh. Nee, hallo. Hier. Sperr. Okay. Offensichtlich habe ich die sehr verärgert. Nicht so clever gewesen. Ich wurde ja noch gewarnt, ne? Goats Knoten. Der Knoten ist fest. Für immer. Ach, lustig. Lustig. Äh. Wir haben nichts mehr zu essen, ne? Ich... Nee? Ich röste die erstmal. Ich esse mal Samen. Samen finden wir da relativ viele. Relativ häufig. So. Durch Neste gekochte Allräume. Aber wir essen. Aber mein Kopf. Oh, perfekt. Satt. Wir haben da direkt so ein Ding. So. Funktioniert man streamen noch? Ja, okay. Mit Abstand beim Nest dann rangehen und über den Korb weglaufen. Ah, okay. So. Wir haben doch hier irgendwo ein Spinnennest in der Nähe gehabt, oder? Möne ich das nur? War hier nicht irgendwo ein Spinnennest? Da oben. Da oben. Da oben ist eine Spinne. Da ist das Wurmloch. Hatte ich nicht hier irgendwo noch näher dran? Ne. Offensichtlich nicht. Ich hatte gedacht, hier wäre irgendwo ein Spinnennest. Okay. Aber es macht ja nichts. Wir können ja gerade mal nach da oben laufen. Das ist einfach den Weg weiter und lang. Dann gehen wir hier mal über den Weg. Das geht ja schnell. Haben wir die Falle mit? Haben wir die Falle mit? Ja. Haben wir mit. Habt ihr euch vorher noch mal kurz und vorher trockenen lassen sollen? Aber gut. Wurscht. Oh, hier. Das noch mal mit. Was sind wir hier? Zerfetzte Drähte. Sehr schön. Ne, warte mal. Bin ich hier noch richtig? Ja, so guck. Wenn wir hier greifen, nein. Okay, aber dann gehen. Da ist es doch. Okay, dann, ähm. Hier so, in der Entfernung? Wie geht's, ne? Haha. Wie geil war das denn? So, pack auf mein Schatz. Halt's, was denn? Ist mir gar nichts. Das ist ja cool, das bewegt sich auch noch. Willkommen zurück, Schnolle. Das war ein super, ich hab den Wien schon nicht gesehen. Mann, bin ich blöd. So, hab ich denn jetzt überhaupt keine Spinnenseite bekommen. Okay, das machen wir gleich noch mal. Hab natürlich gewonnen. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch. Krass. Ich bin da Pilzbauer. Voll riesig, das Ding. Ähm, okay. So, wird grad noch mal gespeichert. Ah, alles gut. Ist nichts passiert, ist nichts passiert. So, ich überlege gerade, ob mein Stream noch richtig funktioniert. Ich hab nämlich bei mir, glaub ich, Standbild gerade. Machen wir grad ein Refresh. Ja, ich hab ein Standbild. Ich muss mal... mein Dings refreshen. So, was haben wir denn hier? Ähm... Da können wir eigentlich nichts reinpacken. Haben wir nicht mehr? Dann muss ich mir jetzt echt noch eine dritte Truhe machen. Das ist ja blöd. Achso, ist wieder Werbung. Das ist ja super. Okay, die können wir jetzt mal wegschmeißen hier, ne? Zack. Ah, okay. Ja, war wieder da bei Unterrichtung. Ich hab trotzdem mal ein Refresh gemacht. Ah, so. Ähm, ja. Ich... Es tut mir leid, ich muss mir noch eine dritte Truhe machen. Ich habe ansonsten... Es geht halt dunkel. Boah, das macht nichts. Das macht nichts veredeln. Ein Brett. Zwei-Brett. Zwei-Brett. Öhnliche Struktur. Kiste. So. Eine dritte Truhe. Ähm, was legen wir denn da? Komm, wir legen da mal die Panfüte rein. Wir legen da mal die Drähte rein. Wir legen das Monsterfleisch. Mit dem Monsterfleisch kann man... Kann man das essen? Das kann man den Schweinen geben, ne? Monsterfleisch, oder? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich hoffe, die Falle möchte ich mitnehmen. So, wir machen das mal hier rein. Äh, das machen wir auch mal hier rein. So, den Rest nehmen wir mit. Oh, ne, das Holz machen wir auch noch hier rein. Wo das Quatsch ist, aber das wird ja gleich dunkel. Monsterfleisch macht Schaden. Ja, ja, nee, ich wollte das nicht selber essen. Ähm, ich wollte nur... Ich meine, kann man das nicht dem Schwein geben? Zum Essen oder dem Dings hier? Ähm, dem Schweineköniger. So, hier werden wir mal schauen. Ich muss mal gerade gucken. Mal gerade gucken. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte da gucken. Okay. Perfekt. So. Ach, guck mal, Bärensinn nachgelassen. Perfekt. Bärensinn nachgelassen. So. Ich probiere es noch mal mit der Axt und dem blauen Ramp. Muss mal ein Holzbälder nehmen. Ah, okay. Ich brauche noch eine Axt. Oh, ich habe... Keine Stöcke mehr? Ja, auch schon irgendwo Stöcke. Wird gar nicht. Äh, da auch nicht. Äh, Feuerstein. Monsterlasagne, okay. Wie macht man denn einen Topf? Ach, da kommt mir das schon wieder so ein Pilzbaum. So. Nein. Ja, 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 ja. So, guck mal, wir fällen jetzt mal den Pilzbaum. Keine Ahnung, was da passiert. Und wieder ein Geist. Das ist aber hartnäckig hier, der Pilzbaum. Ah, ein Blaukamm. Ja, so langsam war es, glaube ich, insgesamt nicht so gut. In der Nähe der Knabsteine zu kampieren. Aber gut, ist jetzt halt so, ne? Gehren, kochen. Da habe ich gesehen den Geist. Ja, er wollte mir schon an den Kragen. Ich glaube, wir kochen was Minster rein. Ich meine, das wäre gekocht auch nicht mehr so schön. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann man das denn nicht dem Schweinekönig geben? Hörte ich, als ich ins Zimmer kam. Ja, was soll ich sagen, ne? Was soll ich sagen? Ähm. So, komm, ich esse jetzt einfach mal die Rotkappe. Wir gucken mal, was wir sind. Ah, nein, das macht Geist, 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 genau. Hier, geistige, geistige Demenz. Und Blau? Blau macht Schaden. Okay. So, geistige Demenz kann ich gerade nicht brauchen. Kann ich mir nämlich hier so einen Kranz machen. Aber, guck mal. Perfekt. So, leg den nochmal an, mein Freund. Und dann gucken wir hier mal. Komm, wir machen mal, wir brauchen mal eine Stromauere. Um den Geist ein bisschen zu beschäftigen. Wir lagern. So. So, kommt mal, läuft noch bei uns, läuft bei uns. Ähm, joa. Hier, nochmal zwei neue Bäume pflanzen. Einen dahin. Einen dahin. Und dann würde ich sagen, Falle haben wir dabei. Wir gehen jetzt nochmal zu den Spinnen oben. Lauf, mein Freund, lauf. Ich hoffe, dass wir ein bisschen, ein paar Blumen vielleicht noch finden. Um unseren Geist hier etwas auf Vordermann zu bringen. Ich muss hier, glaube ich, links abliegen. Ach, hier, Blumen. Ach, machen wir Blumen. Ach, hier, machen wir Blumen. Ja, dann, schön. So, hier, ist der Falle platzieren. Ja? So. Lalalala, das hat ja super funktioniert. So, ich glaube, das ist die letzte aus dem Geist hier. Aber, was hat er gemacht? So. So, wenn wir... Oh, ist da dran. Wir müssen mich auf den Sack. So, Honig. So, jetzt. So. Okay, was hat er? Ah, wirke. Nicht so richtig, nicht. Ja, 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 alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, die sind genau da, das war mein Leben, ne? Ja, das war natürlich umsonstig. So, was auf Untersuchung der Falle? Oh, äh, ich bin Kollegen. Ja, das hätte ich nochmal die Bühne, das ist eine gute Idee. Das ist die Seele-Bühne. Ne, hier, ich nicht. Ich will hier mal ein bisschen hin. Ich will sich hier gegenwärtig bekämpfen. Ne, die ist nicht eingeschlafen. Ich hoffe, sie macht mir gerade was zu essen. Oder auch damit. Oh, die machen, die sind aber echt hart, ne? Die machen, die spinnen da echt, gellig. Ich bin glücklich. Ja, jetzt geh doch einfach weg. So, zum Glück kann man die ja ein bisschen austänzeln. So, hier ist das Wohne noch, ja? So. Jetzt. Wo sind die hier jede Menge Spinnwege? Ja, ist das? Jetzt kommst du mir so. Ja, das ist meine Frau. So, wenn wir jetzt nicht spinnen, wem wir genug haben, dann weiß ich es auch nicht. So, das hat aber gut funktioniert. Das war sehr erfolgreich, die Spinnwege. Ich hab jetzt echt die Poffen geklappt. So. So, und da kommt meine Frau und bringt mir tatsächlich was zu essen. Oh, super, dankeschön. Oh, cool. Das ist ein Service. So, ich musste die Stachel leider gerade mal wegwerfen, weil ich einen Platzengpass hatte. Die gehe ich gleich aber holen. Das ist mein Problem. Dankeschön. Dankeschön. So. Zack, 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 zack. So, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen gucken, dass ich hier nochmal ein bisschen einbunkere. Wir haben auf jeden Fall jetzt Spinnenleben bekommen. Warum habe ich eigentlich die Stacheln weggeworfen? Ich dachte, überhaupt kein Platz. Problem. So, äh, nebenher, ähm, werde ich jetzt hier gerade mal kurz ein bisschen was essen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Hm. Oh, der Maulruf könnte schneller sein. Das ist natürlich ein Argument. Aber ich glaube, dafür ist es dann jetzt eh zu spät. Dann muss ich an dieser Stelle mal einen ganz recht herzlichen Dank an meine Frau richten. Für das sehr leckere Essen. Hm, 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 hm. Oh, das ist so gut. Sehr lecker. Ähm, es gibt einen Currywurst mit Kartoffelrösten. Wie sich das für, äh, für den Leidstügel gehört. Oh, wir müssen dringend was essen. So, komm, wir kochen das Monsterbleib. Ja, hier. Ist mal jung. Hm. Hm. Ich geh mal was da noch. Hm. 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 Ja, hab ich nicht eben hier irgendwo Spinnrüse da nicht? Hm. 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 Okay, das hab ich nicht gerafft. Lebensdauer 10 Tage. Hm. Da hab ich nicht gemerkt, dass mehrere Frösche da waren. Hm. 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 Das ist dumm gelaufen, würde ich sagen, ne? Ich habe keine Ahnung, wo der hergekommen ist. Jetzt wo wir ein Teichchen ernähren. Ach, so ein Ärger. Ja, das waren zu viele. Svenity ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, ich würde aber vorschlagen, lass uns noch mal 5 Minuten Pause machen. Dann kann ich kurz aufessen. Und, ähm, ja. Ihr wisst schon, ne? Mal auf Toilette gehen und so. Sagen wir um, um halb wieder, wieder hier. Äh, hier. Pause. Zack. Bis gleich.